Parashvara Hastasana ist der Handstand mit Beugen zur Seite. Samuel bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Gib die Hände auf den Boden, kralle die Fingerspitzen nach unten und komme zum Handstand Hastasana. Und jetzt beuge beide Beine etwas nach links, halte etwas und dann komme zur anderen Seite. Das ist eine Stellung, die stark die Koordination und das Gleichgewicht fördert und auch die Hüftflexibilität und die Rippenflexibilität.